Ole Pfennig ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Er machte zwischen 1985 und 1987 eine Schauspielausbildung am Studiotheater in München. Bereits während seiner Ausbildung spielte er in diversen Theaterstücken wie Caligula und Der kleine Prinz. Ab 1993 hatte er Gastrollen in verschiedenen Serien wie Derrick aus Heiterem Himmel und Bei aller Liebe. In der ARD-Jugendserie Die Schule am See spielte er in insgesamt 15 Folgen die Rolle des Klaus Schubert. Neben seinen schauspielerischen Tätigkeiten sprach er mehrere Hörbücher und ist als Synchronsprecher tätig. Unter anderem war er an den Hörbüchern Pater Braun, Der Mann im Gang und in mehreren Folgen der Serie Die größten Fälle von Scotland Yard zu hören. Umfangreicher sind seine Tätigkeiten als Synchronsprecher. Unter anderem war er in Star Trek Enterprise die Synchronstimme von Joseph Will in Dark Angel die deutsche Stimme von J.C. Markenzie oder seit 1995 ab der sechsten Staffel von Low and Order die Stimme von Benjamin Brat als Detective Reinaldo, Ray, Curtis. Außerdem hatte er Synchronrollen in Spielfilmen wie Die Legende von Ang, Ghosts of Mars, Blade, Trinity, Harry Potter und der Halbblutprinz und der Knochenjäger. Ole Pfennig wohnt derzeit in München. Filmografie Schauspieler 1993 Aus heiterem Himmel Aus heiterem Himmel 1993 bis 1996 Derrick 1997 bis 1998 Die Schule am See 2000 Bei aller Liebe 2006 Cyprus Unter anderem synchronisierte er 1995 bis 2009 Low and Order Stimme von Benjamin Brat 1998 Sila Moon Stimme von Taiki Matsuno 1999 Der Knochenjäger Stimme von Bobby Cannavale 1999 Existenz Stimme von Callum Keith Rennie 1999 Payback-Zahltag Stimme von John Glover 1999 One Piece Stimme von Justus Captain Kit Blau-Fazan 2000 Memento Stimme von Callum Keith Rennie 2000 bis 2002 Dark Angel Stimme von J C Markenzie 2004 Star Trek Enterprise Stimme von Josef Will 2002 Rollerball Stimme von L.A. Cool J 2002 Ghosts of Mars Stimme von Jason Statham 2003 Bulletproof Munk der kugelsichere Mönch Stimme von Cien Bell 2003 Wayham to the jungle Stimme von John Gries 2004 Sky Captain and the World of Tomorrow Stimme von Can Bonn Fields 2004 bis 2007 4400 4400 Die Rückkehrer Stimme von Maershel Heshbaz Ali 2005 bis 2009 Stargate Atlantis Stimme von Jason Momoa 2007 Die Solymen Brüder Stimme von Will Arnett 2007 Die Eisprinzen Stimme von Will Arnett 2008 bis 2009 Primeval Rückkehr der Uhrzeitmonster Stimmen von Ramon T.K.Ram 2007 bis 2009 Dirty Sexy Money Stimme von Blair Underwood 2007 bis 2009 Die Tudors Stimme von James Fran 2009 Ex Stimme von Alessandro Gassmann 2009 Hannah Montana Der Film Stimme von Bo Billingsley 2009 Waschman Die Wächter Stimme von Jackie Earl Hall 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz Stimme von Dave Legenow 2010 Eclipse bis zum Abendrot Stimme von Daniel Cutmore 2010 Die Legende von Ang Stimme von Schontub 2012 R.O. Stimme von David Ramsey 2013 Game of Thrones als Stimme von Tobias Menzies